Rekordmeister vs. Deutscher Meister. Alles, was ihr zum Bundesliga-Tofspiel wissen müsst. Let's go! Ich bin Kessem, euer Liga-Anzeiter. Wir starten heute mal mit einem neuen Format und das holen wir künftig für die Bundesliga-Banger raus. Und wenn ihr euch auch schon auf Samstagabend freut, 18.30 Allianz Arena, lasst mal hier auf jeden Fall ein Like. Da macht mal richtig Feuer hier heute rein. Und damit gehen wir rein in den Topspiel-Check FC Bayern München gegen Bayern Leverkusen. Let's go! Ja, und wir starten direkt mal rein in den Spielervergleich. Und ich habe mir pro Position den Besten oder den Einzigen rausgepickt. Und wir starten mal mit dem Einzigen im Tor. Da wird es nämlich nur einen geben. Manuel Neuer gegen Lukasz Radetzki. Und beide haben bislang ein Spiel verpasst. Radetzki gegen Wolfsburg wackelig, aber auch schon eine Großchance vereitelt diese Saison. Fehler vor Schuss gegen Tor. Da haben beide einen verzeichnet. Paraden ist Radetzki vorne. Platz sieben mit neun Paraden. Neuer profitiert natürlich von der starken Bayern-Defensive aktuell. Zwei Paraden da nur. Und hat ansonsten torwarttechnisch nicht so viel vorzuweisen. Drei von sechs Torschüssen abgewehrt. Da hat er nur 50 Prozent Quote. Da hat Radetzki elf von sechzehn. Also auch eine höhere Circle Size. Radetzki ist more tested. Seine Liga-Zeit der Note ist auch besser. 3,5 über 3,8 von Manuel Neuer. Ist ganz eng hier. Ich gehe hier mit dem ersten Punkt. Mit Lukasz und mit Leverkusen. So, Spielervergleich Abwehr. Minjay gegen Big Boy Jona. Der ja fast bei den Bayern gelandet wäre. Deswegen auch ein heißes Spiel für ihn. Minjay in super Form gerade. Also gegen Bremen. 100 Prozent Zweikämpfe. 100 Prozent Luftkämpfe. Und 100 Prozent Tacklings. Also der Mann kommt richtig heiß da. In die Allianz Arena. Overall Zweikämpfe. Ligaweit ist er mittlerweile die neun. Hat sich da hochgefightet. Abgefangene Bälle. Fast zwei pro Spiel. Und Passquote ist auch über 90 Prozent. Top 20 der Liga. Also Minjay Kim auf jeden Fall. Finally angekommen in München. Können wir jetzt schon, glaube ich, so sagen. Auf der anderen Seite. Ich habe ihn genannt schon. Big Boy Jona. Das ist Jona Tantar. Kommt mit dem Tor gegen Wolfsburg um die Ecke. Ebenfalls eine Top-Form. Und vielleicht sogar noch einen Tacken besser. Denn Passquote, die ist wieder unfassbar. Analog zur letzten Saison ist er aktuell Platz vier. Mit 94 Prozent Passquote. Zweikampfquote 81 Prozent. Ist da sogar auch die vier overall. Und Minjay ist da nämlich auch nur die neun. Hatten wir eben. Und Luftkämpfe Tarr. Die sieben. Also wirklich absolute Power-Stats hier. Minjay auch den Fehler vor Gegentor in Wolfsburg. Den dürfen wir nicht vergessen. Und von daher, auch wenn die Liga in Zeit der Note hier für Minjay Kim spricht. 3,1 zu 3,4 für Tarr. Aber dann geht der Punkt auch hier nach Leverkusen. 2 zu 0. So, die beiden geilsten Fußballer Deutschlands. Jamal Musiala gegen Florian Werz. Das ist ein super heißes Duell. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das sind die Top-Dribbler der Liga. Ligaweit ist Jamal Musiala die 5 mit 44 Prozent. Also sehr gutes Dribbling. Jedes zweite Sitz hier. Schüsse aufs Tor ist er die 6. Schießt ganz viel aufs Tor. 3,5 mal im Schnitt. Also sehr, sehr viel. It's a lot. Und Effizienz. Da ist er auch richtig heiß unterwegs. 12 von 13 Schüssen landen auf dem Kasten. Ist auch ein super Wert hier. Drei Saisontore. Und veredelt das mit der Liga in Zeit der Note. 2,6. Wir schauen uns mal Florian Werz an. Schaut mal auf die Note. Er ist der Notenbeste aktuell bei uns hier. In der Liga in Zeit der Notenkategorie hier. 1,8. Erfolgreiche Dribblings. Noch einen Ticken besser als Jamal Musiala. 50 Prozent. Da Platz 3. Schießt weniger aufs Tor. 3,17 mal im Schnitt. Da ist er Platz 8. Schussgenauigkeit ist ähnlich stark. 14 von 16 auf dem Kasten. Flo zieht es bei den Torschussvorlagen. Da zieht sie nach oben. Denn da hat er fast im Schnitt 2 mehr. Und das ist echt eine Menge. Da ist er nämlich Platz 6 overall. Hat auch einen Saisontreffer mehr. Und deswegen geht dieser Punkt auch nach Leverkusen. Ja, und die Bayern-Fans werden sich da denken so, hä? Also was ist denn hier los? Und wir kommen zu den Stürmern. Und ja, hier mache ich es ganz kurz. Also ich höre es den Leverkusener Kreisen. Das ist der beste Bonny-Face ever. Aber was Harry Kane da gerade macht. Acht Tore in den letzten drei Pflichtspielen der Bayern. Das ist unglaublich. Fünf Saisontore in der Bundesliga. Schüsse aufs Tor ist ja die drei. Kreierte Großchance ist ja die vier. Also Harry Kane muss hier over Bonny-Face stehen. Und dann gehen wir im Spielervergleich hier mal raus mit 1 zu 3. Oder 3 zu 1 für Leverkusen. Ja, das ist, wie gesagt, meine Meinung. Das sind halt die Statistiken. Und deswegen würde ich das hier so bewerten. Und apropos Daten und Statistiken. Jetzt hatten wir hier die Spieler. Und jetzt gehen wir mal rein in die Team-Stats. Und wir gucken uns erstmal an die Bayern. Und Bayern hat den meisten Ballbesitz aktuell der Liga. Mit 64 Prozent ist da Platz 1. Absolute Balldominanz, wie Kompany sie auch eingefordert hatte. So wird sie aktuell gelebt. Und Bremen hatte auch nicht einen Torschuss. Also das ist wirklich unfair. Die waren da auch kaum am Ball. 16 Tore schießen die Bayern. Im Schnitt 4 aktuell. Und da sind sie auch die 1. Also die Offensiv-Power, die klickt da aktuell. Das ist super stark. Dann haben wir die Luft-Duelle. Ich bin auch nochmal ein bisschen in den Zweikampf gegangen. Hier 63 Prozent. Also auch die Arbeit gegen den Ball läuft richtig gut. Da ist man Platz 2 der Liga. Und PPDA hatten wir schon im Team-Check. Pass per Defensive Action. 8,5 Pässe lassen die Bayern spielen. Und dann greifen sie zu. Das ist der beste Wert der Liga. Hier sind sie Platz 1. Und von daher bin ich auch schon mal ganz gespannt. Das ist ein Company-Stat auf jeden Fall. Den wollte er so. Und den hat er so installiert. Ich bin gespannt, wie früh sie draufgehen gegen Leverkusen. Wir gehen mal zum Gegner. Und schauen den mal in die Karten. Wir schauen uns Leverkusen an. 91 und damit die meisten Torschüsse der Liga. Klar, Bonny, Faith und Florian Wertz sind da ganz vorne zu nennen. Ja, da sind sie die 1. Dribbling, rote Zone. 29 Stück. Platz 2. Ja, da ist Florian Wertz auch vorne mit dabei. Ist ja mittlerweile auch die 1. In der Breite sind die Bayern da aber stärker. Sind tatsächlich auch Platz 1. Dribbling, rote Zone. Und haben da Jamal, haben Kingsley und haben Serge da. Da kann ich direkt mal einen Crosscheck bringen. Da sind zum Beispiel die Bayern in dem Segment noch mehr vorne. Und haben das nochmal breiter auf mehrere Schultern verteilt. Richtig, richtig gut hier. Abschlüsse nach Standards. Die Standards müssen wir auch mal hier reinbringen. Leverkusen ist da Platz 1. Also Standards sollten die Bayern auf jeden Fall im Blick behalten. Bonny, Faith fast doppelt so viele wie der Zweitplatzierte. Abschlüsse nach Standards. Und selbst der Zweitplatzierte, der kommt auch aus Leverkusen. Also Bonny, Faith als Abnehmer oder Grimaldo als direkter Freistoßverwerter. Was nicht geht aktuell, das sind die Gegentore in Leverkusen. Das passt aktuell nicht zusammen. Kovar musste einmal vertreten, hat drei kassiert gegen RB. Insgesamt neun Gegentreffer für Leverkusen. Letzte Saison waren sie die beste Defense. Also da geht gerade ein bisschen was verloren. Und sie sind aktuell die viert Schlechteste. Ja, bekommst immer mindestens ein Tor. Gegen Wolfsburg hast du drei bekommen, gegen RB ebenfalls drei. Und jetzt kommt die beste Offensive der Liga. Also gut anschnallen hier alle Leverkusener und den Defensivverbund schließen. Ja, Spielervergleich war ich pro Leverkusen. Und wenn ich hier im Teamvergleich bin, da bin ich doch eher pro Bayern unterwegs. Auf jeden Fall. So, wir haben heute, ist Donnerstag, da haben wir eigentlich das Datengoldformat. Und da habe ich mir jetzt mal ein paar Dinger rausgefischt. Ich habe mir zwei Daten genau angeguckt, die ganz gut passen für die ein oder andere Seite. Und ja, ich schaue mir das jetzt mal hier explizit an. Und zwar fange ich mal an mit den Abschlüssen nach Angriffspressing. Und da sind die Bayern nämlich das beste Team. Die haben die meisten Abschlüsse nach dem Angriffspressing. Und Leverkusen lässt die viert meisten Abschlüsse nach Angriffspressing zu. Von daher ist das hier ein ganz guter Stat für die Pressingmaschine. Company hat das hier auf jeden Fall in play. Und ja, auch hier sollte Leverkusen aufpassen, dass sie sich nicht zu früh pressen lassen. Denn dann kommen viele Abschlüsse aufs Gehäuse. So, und der Mann, der da am meisten abgibt, das ist Killer Kane. Ja, der wird auf jeden Fall gesucht werden. Und dann wird er da ein ums andere Mal bedient. So, und dann der nächste Stat, den ich mir rausgekramt habe. Das sind die Schnittstellenpässe. Auch die sind ganz spannend. Da ist Bayern ebenfalls die 1. Also Bayern, also was Vincent Company hier aufgebaut hat, ne? Bei den Münchner Bayern in vier Saisonspielen à la Bonheur. Also das ist wirklich Crème de la Crème. Die sind in den Daten, sind die fast überall die 1. Das ist so, so gut. So, und Schnittstellenpässe sind sie auch die 1. Und da lässt Leverkusen auch was zu. Verteidigen sie so mediocre, also mittelgut, sind sie Platz 8. Also die acht meisten zugelassenen Schnittstellenpässe verzeichnen sie aktuell. Und wer natürlich die meisten spielt, das ist tatsächlich King Kimmich im Zusammenspiel. Zusammenspiel tatsächlich mit Harry Kane. Auch der spielt die meisten Schnittstellenpässe. Auf jeden Fall die beiden müssen Leverkusen, müssen sie gut im Blick behalten. Denn die werden da immer für Gefahr sorgen. So, also Bayern über das Angriffspressing haben wir sie schon mal genannt. Und über die Schnittstellenpässe auch hier sehen wir Bayern vorne. So, ich zeige euch mal unser wunderschönes Matchday Briefing. Da gibt es hier mal einen kleinen Auszug von. Das ist nicht das Komplette, das ist nur ein Teil davon. Und nochmal seht ihr nämlich hier auch noch Playerpicks und verschiedene Spielerempfehlungen, die dann auch mit Form und ja auch mit Matchup dann geratet werden. Wir fangen oben mal an. Bayern mit Teamnote, Ligaanzider Teamnote 3. Und die ist schon mal besser, das Rating, als die von Leverkusen. Die haben nämlich nur die 3,3 abgegriffen. Gewinnchance rechnet unser System hier mit 60% pro Bayern. 20% unentschieden, 20% nur Leverkusen-Sieg. Also da schon eine richtig klare Verteilung, finde ich ganz spannend. Ergebnisse ähnliche Gegner. Da hatte Leverkusen bisher RB Leipzig. Also Bayern hatte da noch keinen richtigen Kracher-Gegner bekommen. Und hier unterlag Leverkusen mit 2 zu 3. Deswegen hier auch rot eingefärbt mit einem N für die Nährlage. Expected Goals. Auch da sieht das System Bayern vorne. Ligaanzider KI. 2,12 pro Bayern und 1,15 pro Leverkusen. Also wenn wir nur nach XGs gehen, geht es hier 2 zu 1 aus, sagt das System. Ja, und ja, man kann schon echt sagen, Briefing ist hier klar pro Bayern unterwegs. So, dann ganz schnell noch das realtaktische Spiel aus dem Februar. Der vorweggenommene Gnadenstoß der Leverkusener. Und ich schaue mir mal an, wie beide Teams realtaktisch formiert waren. Leverkusen mit Tabsobar und Tah in der letzten Linie. Ja, fast wie eine Viererkette sah das aus. Grimaldo dann mit allen Freiheiten über links, richtiger Links-Winger. Und Andrich und Xhaka im Zentrum. Die haben da quasi alles geclosed. Und auch das Duo könnten wir wiedersehen. In der V.A. haben wir sie aktuell vorne ganz eng beieinander. Haben sie sich da quasi positioniert. Und ist auch gerade das Duell um die V.A. So, dann haben wir drei bewegliche Spieler vorne drin. Da hat Alonso, es hat agiert mit Adli, Wirz und Teller als Freigeist rechts außen. Sehr weit offensiv orientiert tatsächlich. Hatte mich gewundert. Und insgesamt können wir hier festhalten. Leverkusen ist vor allen Dingen in die Breite gegangen. Das sehen wir auch gleich nochmal im Vergleich, wenn wir uns die Bayern-Formation anschauen. Das war hier ganz auffällig. So, Bayern war sehr offensiv ausgerichtet. Gefühlt mit vier Stürmern. Masraoui da direkt schon hinter Leroy Sané. Und dann, ja, gefühlt mit einer Dreierkette hinten drin. Da standen sie auch ein Tick offensiver als Leverkusen. Upa, Meccano, fast höhere Mittellinie. Fand ich auch schon sehr krass. Und hier bin ich einfach nur gespannt, ja, wie offensiv Bayern sich da positioniert. Wie früh sie draufgehen. Und, ja, wie sie dann, ich denke mal, Ballbesitz haben wir schon im ersten Teil auch gehabt mit den 64%. Ich denke schon wieder, dass beide Teams auf jeden Fall den Ball haben wollen. Aber kann gut sein, dass Bayern das Zepter übernimmt. Dass sie die Spielkontrolle übernehmen wollen. Und dass Leverkusen eher über den Konter kommt und auf früh, ja, gebissen, gestört wird beim Spielaufbau. Bin ich auf jeden Fall ganz heiß drauf. So, und wir gehen mal Richtung Fazit. Wir basteln uns mal hier die Fakten zusammen. Was spricht denn final für die Bayern? Kompanie erstmal hier mit dem Rekordstart kommt er hier. Also mit mehr Hype kannst du gar nicht in dieses Spiel gehen. Die Bayern brechen gerade jegliche Rekorde. Ich habe es mir nochmal notiert. Vier Siege, 16 zu drei Tore. Das ist neuer Startrekord der Bundesliga. Kompanie gewinnt alle sechs Pflichtspiele. Schießt dabei 29 Tore. Neuer Bayern-Trainer-Rekord auch hier. Also er bricht hier wirklich alles. Und das wäre jetzt auch hier mein zweiter Punkt gewesen. Powerhouse-Offensive. Die klicken da alle. Darunter Comebacker Gnabry. Gefühlt mit Sané-Output vom letzten Saisonstart. Harry Kane in der Form seines Lebens. Und dann kommt die Bayern-Dominanz natürlich über den Ballbesitz. Meisten Tore schneller Zugriff. Ja, alles was wir auch notiert haben aus den Key-Stats. Und Michael Olysee, der kommt mit vier Scorern gerade aus dem Bremen-Spiel. Auch er ist hotter than hell, würde Dua Lipa so sagen. So, Bayern ist auf jeden Fall hot. Und eine Defensiventwicklung, die hatten wir eigentlich auch schon hier so ein bisschen rausnotiert. Und das ist die von Minjae Kim. Gefällt mir richtig gut. Fehler in Wolfsburg, Fehler vor Gegentor. Und dann hat sich Kompany den mal gegriffen, den Minjae. Und seitdem kommt der Südkoreaner wie ausgewechselt aus Feld. Und ist auf der absoluten Überholspur. Und ja, Minjae vielleicht wirklich final angekommen hier in München. So, wir springen mal auf die andere Seite. Xabi Alonso. Was spricht für den Meister-Coach aus Leverkusen und seine Werkself? So, erstmal kommt hier der deutsche Meister in die Allianz-Arena. Also die Jungs haben breite Brust auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, der Druck liegt eher bei den Bayern. Die sind auch laut Buchmacher Favorit. Und hier gilt wirklich, verlieren verboten. Dann Xabi Alonso's Gameplan. Der war beim 3-0-Rückspiel hier schon, was wir eben realtaktisch auch hatten. Da war ein richtiger Fuchs. Da hat Xabi, wusste ganz genau, welche Spieler er da spielt. Und das weiß er wahrscheinlich jetzt auch schon, wen er da aufstellt am Wochenende. Ist da eher über die Beweglichkeit gekommen. Mit Teller, mit Adli. Hatte zum Beispiel auch kein Bonny-Face. Und hat da wirklich die perfekte Lösung gefunden. Und ja, jetzt wird es ganz spannend zu sehen sein, wen er final aufbietet. Und wie früh Leverkusen eigentlich auch drauf geht. Auch da sind sie PPDA, overall Platz 5 der Liga. Also versuchen auch schon den Gegner sehr, sehr früh zu stören. So, und dann Laterkusen, Fragezeichen. Ja, erleben wir nach wie vor. Spieltag 1, 90 plus 11 gegen Gladbach. Flo Werz, ganz locker vom Punkt. Und jetzt spielt er 4, 90 plus 3, Viktor Bonny-Face. Also Bayern muss bis zum Schluss hellwach sein. Sonst klingelt es hinten noch einen rein. So, Prognose. Bayern, Bayern oder X? Ich habe hier mal gefragt. Wir haben den Liga-Ansider CEO Svenno. Den habe ich heute Morgen mal abgegriffen. Er sagt, Bayerns Defensive ist noch nicht battle-tested. Geiles Wort. Dort Leverkusen auch noch nicht. Aber Alonso wird hier entsprechende Lösungen finden. Das sagt er. Das ist auch ein bisschen analog zum letzten Partie. Und Tendenz Leverkusen, sagt er, geht hier mit dem Unentschieden. Und er sagt, Bayern gewinnt es nicht. So, da haben wir Datenanalyst Hubi. Er sagt, Leverkusen ist da, wenn sie müssen. Wir erinnern natürlich die beiden späten Treffer aus Seeolaterkusen. Bayern noch keinen starken Gegner. Auch das spielt er hier. Also ähnlicher Ansatz wie Svenno. Und Schabi, sagt er, mit Asse, Plural, im Ärmel. Also er geht hier mit einem 3 zu 2 für Leverkusen. Haut hier sogar einen richtigen Tipp raus. So, Hennock aus unserer Leverkusen-VA-Gruppe. Auch er ist mit am Start. Und mit dem fahre ich auch ins Stadion gegen Kiel. Freue ich mich drauf, Bro. Und er sagt, Leverkusen muss eine gute Kontersicherung fahren. Und Leverkusen ist noch gefährlicher. Die Offensive ist noch gefährlicher als noch letzte Saison. Ein heißer Take. Er sagt, Bayern, wenn unkonzentriert, dann muss Leverkusen zuschlagen. Und geht hier mit einer ausgeglichenen Partie 2 zu 2. Ja, spannende Runde hier. Also wir haben zweimal einen Unentschieden und einmal Sieg Bayer Leverkusen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wen ihr vorne seht. Und haut mir auch gerne nochmal rein, wie ihr das Format fandet. Das könnten wir jetzt für künftige Top-Spiele immer mal an den Start bringen. Wenn ihr noch mehr Svenno haben wollt, dann checkt auf jeden Fall Game Changer am Donnerstag. Das ist unser Podcast. Den packe ich euch mal in die Shownotes. Und dann hatten wir ein richtig cooles Format. Gestern hatten wir hier die Hot Takes. Und ich packe euch hier rein. Da waren wir mit dem Kick-Based-Guide unterwegs. Haben die heißesten Stürmer gerankt. Auch zwei Stürmer dabei, die wir heute auch schon im Spielervergleich hatten. Und damit bin ich raus. Wünsche uns einen richtig heißen Tanz am Samstagabend. Und ich melde mich morgen zurück mit den Tipps und sag Tschüss.